Auf geht's! Okay, auf geht's! Stadtplan von wunderschönen Wiesbaden. Ja, geil. Einer sitzt halt noch nicht weiter. Was ist das Problem? Die Sonne. Wir wollen halt eigentlich nicht, dass es so aussieht, als würde die Sonne hier reinschauen. Ja. Hi Leute! Kümmert euch um eure Umwelt. Will jemand eine Banane? Ich brauche einen Stuhl. Ja, ja, nein. Ich darf jetzt Skateboard fahren. Getroffen. Schon. Das Essen. Stellen. Nur am Essen der Kameramann, nur am Essen. Mit dem Licht, boah, voll hell. Wir können ja jeden mal fragen, hier der langläuft, ob wir die Taschen leer machen können. Da hekt! Ich nehme einen Filmdreh und wir brauchen noch ein bisschen Müll. Jetzt haben wir richtig Müll. Dieses Pizzastück ist ja das Highlight. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Jetzt ist es quasi okay. Ja, perfekt. Ekelhaft und alles ist voll mit Müll. Ich hab mal die Lebensmittel ein bisschen weg vom Müll gestellt. Ja. Jetzt gehen wir hoch und verteilen ein bisschen Müll in den Rathausfluren. Weißt du? Ja. So. An dieser Tür ist irgendwas klebriges, ekliges. Das ist gut. Läuft es Adria? Sehr gut, sehr gut. Ich fand es super. Das sind die nicht siffenden Sachen, ja? Ja. Das hilft doch ein bisschen. Wir filmen jetzt nochmal bei schönem Sonnenschein die Anfangszene, die wir eben schon mal gedreht haben. Blitzeblank. Ganz Wiesbaden. Blitzeblank. Ganz Wiesbaden. aded. Gutes. Damit ist es für ein bisschen gedreht. Zinosenschen. Naja.